Herzlich Willkommen bei Saints Row Reboot, mit aufpassenden Namen, hier ist euer Herr Gamer Logo, heute machen wir die Kampagne weiter, Aufträge, Damkick, muss man wieder mal etwas machen, Nina, überbordene Fantasie, wir müssen ein Experiment studieren, und allem die Macht der Saints zu zeigen, Ex-Exempel, statunieren. Das Buch zu mir zurück. Das Buch. Wir haben nur eine Sache zu tun, wir setzen uns ein Statement. Ja, wir haben gerade einen Geld-Train und haben Sergio in einer besonders verrückten Fakten. Oh, also du hast Sergio's Herz ausgedrückt. Wie war es denn für Moral-Support? Es ist egal, denn das Wort auf der Straße ist, dass die Nawali eine Ein-Mann-Rekong-Kruppe war. Die Saints haben keinen Schaden aus dem Heist bekommen. Also, wir brauchen etwas, das uns als Institution braucht. Also, wir brauchen etwas, das sagt, dass wir nicht nachher gehen gehen, kommen wir nach uns. Wir haben den Hummingbird-Kodex-Hummingbird-Kodex. Marshal wollte ihn beschädigen. Panteros und die Idols wollte ihn beschädigen. Und wenn es nicht für diesen Buch ist, wir hätten die Saints nicht geplant haben. Es muss uns sein. Ich mag es. Wie machen wir das? Ich meine, ich habe gedacht, wir gehen mit ein paar Schaden und die Schaden aus der ganzen Welt. Aber wenn wir ein paar Heist-Movie machen, kann ich damit arbeiten. Ja, das funktioniert. Das ist gut. Also, die Idols schädigen ihre Stolen Sachen in... einer Abandone-Boot-Shop? Unter dem Boot-Shop. Sie haben Stash-Hausen in der Stadt. Ich denke, das Codex ist wahrscheinlich da, weil es am besten zu dem Museum ist. Und es ist praktisch neben uns? Ich weiß. Stehieren das Codex wird das einfache, was wir gemacht haben. Oh, ja. ... Und nochmal... und nochmal... Ah, die Kopfschmerzen. Das ist jetzt Hey you Neon a**holes We are here to steal back the codex you stole After it was stolen from other people Very finesse The Saints are here to steal your shit! Everybody, go wrong! Kodak, break the air! I'm gonna throw you up! The Saints are on top now! Oh, I have him. I think he's dead. It's the train! The vault is at the bottom of those stairs! The Kodak is gonna be off! And it's clear sailing from here to there! Let's go get it! Hello Saints! We knew you'd try to come claim the Kodak eventually! They locked us in! Congratulations! On proving your right! It's not the Kodak, it's another fake! And a bomb! It's okay, I can disarm this. Uh, probably. I have patience. Marshal training, marshal training... Uh, got it! Those fuckers almost fucked us up! Then we better fuck them up twice as much to make our statement! You mean find the Kodak and bust some serious heads? Hells yeah! I don't think the bomb went off! So we do it the fun way! Hmm, heh heh... No! Ah! One more down! Ah! Uh! Ah! Stop it! Don't get over here! Ah! Ah! Das ist für den guten Weltkrieg! Ah, bekannter Issac. Ah, ein Schill von hinten. Aber die Issac. Bitte mach. Jetskis Outback, we can grab one of those. The Idols won't shoot at their own jetskis. This is gonna be an epic statement. That yacht's guarded AF. Dude, did you say E-F? Yeah, abbreviation. Okay, first, we swear all the fucking time. Second, it's only an abbreviation when you text. A-F as fuck, it's the same number of syllables. Okay, fine. This is gonna be an epic statement because that yacht is guarded as fuck. And every last one of them is gonna learn what happens when you try to blow up a saint. Hells yeah. Not much... So much! Ich will wieder zurück, Ren. Oh! We're gonna want a different way back. We'd suck to get the codex wet. No worries. Call home for a ride. Hey, Nina. Kannst du einen Helikopter holen, um uns aus der Collective zu holen? Bist du zu verrückt? Ich will, wer kann ich finden. Wir brauchen viel Zeit, um die Jet-Ski zu holen. Wir können diese Rampen nutzen, um zu holen. Aber mit Schwung da auch. Ja. ja let's go find the codex sorry heute oh monius oh 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 hey boss nina sent me with the chopper i'll just hover over till you're ready to go oh get in on this you tell everybody the codex is here yes let's make our statement we got the codex oh shit it's booby trapped again getting real tired of defusing these things hmm the pink wire got it ah fucking fucks they nearly blew us up again i say we return the fucking favor hell yeah i got the codex let's get this bomb to the bridge it's hot it's hot run it's hot run i i i i i i i you i i Okay. Levelaufstieg. We got the Codex, planted a bomb, and we're gonna get away clean on our own helicopter. Now, that's a statement. Oh, the... So, it's just going. Yeah. Oh, it's not happening, and it's working. Yeah. Keep your head down and run. Don't get too close to the flames, and you'll be fine. Yeah. 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 Wir sind nach Hause! Du gibst ihm eine Reise nicht zu folgen uns! Du bist nur verarschst dich jetzt! Ah, das ist gut! Was ist das? Codex is ours, assholes! These guys won't freaking die! I will turn and be�er... And be�er... I will turn and be�er... Die. Huh? When? Just now, before the jet skis and stuff. Um, probably that we were awesome, stole the Codex and fucked up Collective HQ. Yeah, I'm sure that was it. Talk about a goddamn statement. Hells yeah, buddy. Hells yeah. Who messes with the saints? No one! I said, who messes with the saints? No one! You're goddamn right, no one. The saints aren't a flash in the pan. We're here to stay. The four of us founded the saints, but it belongs to all of us. It belongs to anyone who dreams of making something of themselves and are fucking tired of the world trying to hold them back. Life is hard enough without having to deal with middle managers with no discernible talent telling you how to do your job. Without having to deal with assholes who have had every opportunity handed to them, but never had to fucking work for a single one of them. Without being told that your time will come, you just have to wait. Be patient. Well, let me tell you something. We're fucking done waiting. We all did the work. Now it's time for us to reap the benefits. Kev, I think it's time you throw us a hell of a party. Be patient. Be patient. Be patient. I am not sure enough. All right. The way I have no clue. I am not sure enough. The way you look forward to the plan, we have no clue. Hm. Hm. Yo! Ich bin für die Party. Die Sprache auf der Straße ist, dass die Eidol in total verabschiedet sind, dass wir ihre Yacht haben. Die Anarchisten sind in einem Stade des Chaos, hm? Wer hat das gesehen? Es sieht aus, dass sie auf den Boden sind. Für jetzt, auf jeden Fall. Vielleicht ist es ein guter Zeit, um auf ihre Teile zu gehen. Da ist der nächste Klamottenladen. Ja. Ich sollte mehr Pastels benutzen. Oh! Ich bin immer noch der Hive, von einem Schmuck-Krater, wo die Forge ist. Das Ort war, insofern. Die Schmiede wurde so richtig auseinandergenommen. Weg da! Komm her. Dann ein bisschen dies. Ja, lag nur. Wenn du liegst. Ja. Ups. Hinknien. Karschan-Eis-Klee. Schnell in die Schokoladen-Seite. Schnell in die Schokoladen. 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 Jaa, hupi, hupi selber. Jaa, hupi, hupi. Jaa, hupi, hupi, hupi. Jaa, hupi, 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 hupi. Jaa, hupi, hupi, hupi. Jaa, hupi, hupi, hupi. Jaa, hupi, hupi. Jaa, hupi. Hupi. Jaa, 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 hupi. mit dem öl schwarz 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 leicht geschnitten verstrubelt so sehen die haare aus wenn ich aufstehe verstrubelt das ist wie mein vollbart so jetzt passt so sage ich nur danke für zuschauen vergesst nicht mich zu abonnieren ein like zu drücken und einen kommentar zu unterlassen euer herr gamerlager tschüss bis zum nächsten mal tschüss tschüss tschüss